Sie setzen jeden Abend eine Maske auf und die Uden schauen sie an. Sie sind König, Bettler, Clown im Rampenlicht, doch wie's tief in ihnen aussieht, sieht man nicht. Theater, Theater, der Vorhang geht auf, dann wird die Bühne zur Welt. Theater, Theater, das ist wie ein Rausch und nur der Augenblick zählt. Wie ein brennendes Fieber, wie ein Stück Glückseligkeit, ein längst vergessener Traum erwacht zum Leben. Theater, Theater, gehasst und geliebt, Himmel und Heile zugleich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 sogenannte Untertitelung des ZDF, 2020 wie einья